Also ich finde es sehr schön, dass ihr hier seid. Hallo. Ja, freiwillig sind wir nicht hier. Turn your sex tapes into cash. Ich gebe dir 5 Euro, wenn du mir den Rest des Videos zeigst. 5 Euro? Ja. 180 Dollar? Mann, das ist nur viel Geld. Ich habe ihn auf Tinder gefunden. Ja, immerhin besser ist der letzte. Ich weiß nicht, wie findest du es, wenn wir uns in echt treffen? War der Rollstuhl irgendein Thema für Sie, oder? Schon mal gemacht? Das ändert doch nichts daran, wie du als Person bist, oder? Nein, aber Leute nehmen einen einfach anders wahr. Kannst du bitte nicht die ganze Nacht wegbleiben und irgendwann am Nachmittag daherkommen? Hände hoch oder ich schieße. Bring das zurück. Kann mir das nicht leisten, ich habe was zu verlieren. Das heißt ja zu verlieren. Ich glaube nicht, dass so Liebe und Beziehungen funktionieren können. Ich glaube nicht, dass so Liebe und Beziehungen funktionieren können.